Wir probieren einen Teil nehmen und drei Teile Sand und so wenig Wasser wie möglich, so dass es gerade so, so dass die Bälle gerade so zusammen pappen. Und dann hier werden die Schamottsteine in den Sand verlegt und dann bauen wir eine Sandkugel mit nassem Sand auf die Steine in der Größe des Ofens und dann tun wir die Bälle drum herum und dann gibt es zwei Schichten. Die erste Schicht ist hauptsächlich mit Sand, die dient dazu, dass die Hitze gespeichert wird. Und die zweite Schicht ist noch mit Stroh dazu und die dient dazu, dass es isoliert wird. Und die zweite Schicht ist noch mit der Schicht. Und die zweite Schicht ist noch mit dem Schicht. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.